Schauen wir uns nun an, wie man die Stetigkeit einer Funktion mithilfe des Folgenkriteriums beweisen kann. Das, was nun folgt, ist nur ein Beweisschema, also nicht jeder Beweis muss genau so formuliert sein, aber dennoch ist es eine gute Struktur, die dir eine Orientierung gibt bei deinen Stetigkeitsbeweisen. Betrachten wir zunächst einmal die Stetigkeit in einem Punkt. Gut, wie bei den meisten Beweisen auch, ist es zunächst einmal notwendig, sich all die Objekte zu definieren, die wir für den Beweis brauchen. Das zum einen die betrachtete Funktion selbst. Hier können wir beispielsweise schreiben, sei f, und es folgt dann die Definition von f, eine Funktion mit f von x ist gleich, und wir schreiben hin, wie die Zuordnungsvorschrift von f von x lautet. Als nächstes definieren wir den Punkt, in dem wir die Stetigkeit betrachten. Hier können wir schreiben, sei außerdem x0 gleich, und dann kommt die Zahl oder die Stelle, wo wir die Stetigkeit der Funktion nachweisen wollen. Beim vollen Kriterium nehmen wir all diejenigen Folgen von Argumenten, die gegen diese betrachtete Stelle x0 konvergieren. Also definieren wir uns als nächstes, sei xn eine beliebige Folge von Argumenten mit Limes, n gegen und endlich von xn ist gleich x0. Wir müssen nun nachweisen, dass wir den Limes in die Funktion hineinziehen können. Das heißt, wenn wir die zu dieser Folge xn dazugehörige Folge der Funktionswerte betrachten, f von xn, dann müssen wir nachweisen, dass der Limes n gegen und endlich f von xn gleich f von x0 ist. Denn wenn wir den Limes in die Funktion hineinziehen, dann wissen wir, weil er Limes n gegen und endlich von xn gleich x0 ist, dass dann dieser Ausdruck hier auf der linken Seite gleich f von x0 sein muss. Und wir haben hier eine Gleichung, die wir zu beweisen haben. Dies können wir über verschiedene Wege machen. Man kann beispielsweise Grenzwertsätze benutzen, aber auch alle anderen Methoden, die du kennst, um den Grenzwert einer Folge zu bestimmen, kann hier angewandt werden, wie beispielsweise die Sandwich-Methode. Als nächstes schauen wir uns mal ein Beweisschema an, um die Stetigkeit einer kompletten Funktion zu beweisen. Wie auch im letzten Schema müssen wir uns zunächst einmal die Funktionen definieren. Und nun folgt der einzige Unterschied. Anstatt, dass wir die Stetigkeit in einem konkreten Punkt nachweisen, wollen wir nun die Stetigkeit der gesamten Funktion beweisen. Sprich, wir müssen zeigen, dass unsere Funktion in jedem ihrer Argumente stetig ist. Also holen wir uns als x0 nun ein beliebiges Argument, anstatt dass wir sagen, dass x0 eine konkrete Stelle sein soll. Hier kann man beispielsweise schreiben, sei außerdem x0 ein beliebiges Argument von f. Und nun folgt dieses Schema genau derselben Struktur, wie wir gerade eben schon kennengelernt haben. Wir definieren uns eine beliebige Folge von Argumenten, xn, die gegen x0 konvergieren, und müssen nachweisen, dass der Limes n gegen unendlich von f von xn gleich f von x0 ist.